Alarm! Alarm! Online sogenannte Couch-Koop-Games zocken könnt. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass nur einer von euch dieses Spiel besitzen muss und dann quasi dem anderen das Spiel streamt. Kennt man unter anderem schon von EA, von A Way Out, da war das ja damals ähnlich, man konnte es zu zweit spielen und nur einer von beiden musste dieses Spiel besitzen. Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, wie funktioniert das Ganze denn? Ist wirklich kinderleicht, denn ihr braucht nur eins dieser Couch-Koop-Games zu starten und während ihr im Spiel seid, tappt ihr einmal kurz raus, geht dann in eure Freundesliste und ladet einfach jemanden ein, mit dem ihr Lust habt zu spielen. Also einfach auf Remote Play Together klicken und schon ist euer Kumpel mit im Spiel. Ganz einfach, oder? Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie finde ich denn diese Couch-Koop-Games? Muss ich da jetzt jedes einzelne Spiel durchsuchen, ob das irgendwie gekennzeichnet ist? Nein, braucht ihr euch nicht machen diesen Aufwand. Auch da hat Steam direkt dafür gesorgt und hat einen vernünftigen Filter eingebaut. Ihr braucht einfach nur in eure Bibliothek gehen auf erweiterte Filter und habt dann dort die Möglichkeit, Remote Play Together Games anzuklicken. Das heißt, alle Spiele, die dieses Feature unterstützen, werden direkt rausgefiltert. Ihr könnt euch dann direkt alle Spiele anzeigen lassen und wisst somit, welche Spiele ihr ab sofort mit euren Freunden online in diesem Remote Play Together Modus spielen könnt. Finde ich absolut genial, richtig, richtig gut und an dieser Stelle kann ich einfach nur sagen, wenn ich euch mit diesem Video geholfen habe, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Videokommentare. Schaut euch auch gerne meine letzten beiden Videos an und ich würde sagen, viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns hoffentlich hier auf dem Kanal im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao, euer Bernie81. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.